Wort zur Woche für den letzten Sonntag nach Epiphanias, den 31. Januar 2021. Amen. Amen. Über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Jesaja, Kapitel 60 Wie schön leuchtet der Morgenstern, folg Gnade und Wahrheit von dem Herrn die süße Wurzel jäße. Du Sohn, David, aus Jakobs Stamm, mein König und Heilfreutiger, hast mir mein Herz besessen. Lieblich, freundlich, schön und herrlich, groß und ehrlich, reich an Gaben, hoch und sehr prächtig erhaben. Ich bin kein Prophet, aber ich kenne das Licht und auch das Dunkel. Manchmal sehe ich das Leuchten in den Augen ganz normaler Leute, wenn sie vom Beginn ihrer Liebe erzählen oder wenn jemand nach langer Krankheit auf dem Weg der Genesung ist. Es gibt Momente, da sehe ich das Leuchten und die Herrlichkeit Gottes über uns, wie der Stern, den einst die Hirten sahen. Er kann auch dir hell und klar den Weg zeigen. Du brauchst nur zu vertrauen und loszugehen. Und dann kommst du an, eines Tages. Über dir geht die Herrlichkeit auf, der Stern für dich. Gott zeigt dir den Weg, wie damals den Hirten in der Nacht. Gott lässt sein Licht für dich aufgehen, für dich und deinen Weg. Zwing die Saite in Kütterland und lass die süße Musiker ganz freudendreich erscheinen, Dass ich möge mit Jesulein dem wunderschönen Breitgang bei'n in steter Liebe fallen. Ich wünsche Ihnen in dieser Woche herrliche Lichtblicke. Bleiben Sie behütet und vertrauen Sie darauf, dass Gott Ihnen mit seinem Licht den Weg zeigt.